Herzlich Willkommen in Jülheim an der Ruhr ist eine große Stadt mit 170.000 Einwohnern im Ruhrgebiet nahe Essen. Das ist die Stadtmitte, der Stadt Mühlheim. Herr, wo ist der Fluss Ruhr? Nein, ich spreche Deutsch nicht. Okay, danke. Was ist das für ein Denkmal überhaupt? Was ist das für ein Denkmal? 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 Das war's für heute. Das war's für heute. Das ist wieder neu eröffnet. Und da runter geht's, wenn sie oben hinten helle Gebäude sehen, da weiter runter ist die Ruhr. Die Ruhr. Rathaus? Rathaus ist auch ungefähr so. Aber wenn sie hier runter gehen, ein Stück, können sie Rathaus näher sehen. Ah ok, dankeschön. Danke. Ich glaube, Mülheim ist viel schöner als Oberhausen. Das war's für heute. Das war's für heute. Das war's für heute. Mit schönen Blumen und so weiter. Das war's für heute. 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 Was ist denn das hier? Das war's für heute. So, es gibt auch Straßenbahnen in Mülheim. Das war's für heute. Das war's für heute. Oh? Wie lieяж? Untertitelung des ZDF, 2020 Das schöne Casino von Müller. Good night. Hier sind sogar Gänse. Gänse von Müller. Das ist der Fluss Ruhr, der in der Stadt Müllerheim fließt. durch die Stadt beziehungsweise das ist die Ruhr Promenade sehr schön sehr schön die Stadt in der Stadt in der Stadt hat die Stadt was hat es ist das Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020 Untertitelung des ZDF, 2020